moin moin und willkommen zur zweiten runde diablo 3 season 9 mit dem kreuzritter und wir genießen diese aussicht ja das war schön und jetzt in den kampf ich habe schon mal heimlich umgestellt auf qual 9 dort holen uns jetzt mal eben neuen schlüssel ja ich habe natürlich noch welche aber wir wollen erst mal gucken bevor wir uns jetzt hier und schlüsselarmut kaputt machen dass wir hier noch einen holen außerdem finde ich dass es auch eigentlich mehr legendaries gibt in den normalen rifts als im greater rift kann mich täuschen ist so ein gefühl okay die sind unangenehm das sind alles fiese rattenpelle männer geht weg ja genau übrigens wo wir schon so fiese gegner hier haben wie wärs denn mit einem leck ja klar bin dabei geht mal her was kostet denn so ein leck auch das kriegst du umsonst er hat mich nicht ihr wollt doch alle sterben habe ich doch gesehen alter okay das ist doch eine nummer schwerer als ich dachte wehe 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 du killst nicht wehe puh okay ja mensch das war doch toll hat uns ja beinah zersiegt hier packt das nicht und zerstörbar 40 sekunden akatschampion hält 20 sekunden also wenn der auf 20 geht können wir wieder rein ja schön ne kadala was hast du dazu weiß ich gar nicht bitte ich gebe dir gar nichts naja kadala ist wieder nur am whisky saufen und am doof rum erzählen können wir noch paragonen level verteilen nein muss ich da jetzt echt wieder rein kann ich das nicht einfach nur zumachen ne komm 3 2 1 champion und ron jetzt aber stirb du Brut des satans so ist brav ja das ist die haben sie haben zu viele helfer hat er dabei gehabt oh warte das sind zwei gelbe ja und ich wundere mich was da so viel schaden bei rumkommt ja aber nice dass wir die kurve doch noch gekriegt haben huuuu denn schadensmäßig ist das ja gut so einsteckmäßig auch aber zwei gelbe mit begleitern das war dann doch so ein bisschen die hölle auf erden ich sollte jetzt ein bisschen darauf achten dass ich mein mein ring der elemente richtig nutz und nicht immer so lari fari tut mir so weh tut mir doch nicht so weh was auf jeden fall schon mal nach meinem geschmack hier wird wenigstens ordentlich das gesicht geknetet wenn schon hardcore dann da muss das aber auch gefährlich sein da kann man ruhig mal sterben jedenfalls so lange man die free lives noch hat die rettungsbank mehr oder weniger wenn man richtig stirbt was hier natürlich gar keinen spaß es macht natürlich auch keinen spaß wenn man dann zu hause vom bildschirm stirbt verständlicherweise schon aufregend hier ist auf jeden fall nicht so wie softcore da pennt man irgendwann ein weil wenn man stirbt naja passiert halt nix kriegst ein respawn nach ein paar sekunden glaub der geht dann auch immer höher ist schon so lange her und das ist ja wohl echt albern und hardcore spielst du nicht wenn du müde bist dann denkst du so wow alter das war jetzt so knapp ich hab jetzt erstmal mega den adrenalin schub und spielst dann doch noch zu ende oder denkst dir ne komm machen wir morgen weiter also seid wach seid gut genährt habt nicht so viel zu trinken stehen wenn ihr nämlich sterbt dann rastet ihr total aus und haut alles über die tastatur selber schon gesehen alter wie die hüpfen uuh sind die krass blöderweise kommen die ja immer in so einen mehrpack irgendwo hier ist doch ein nest wieso sind das denn diesmal so viele ja mein templar hat leider noch kein unbesiegbarkeitsmoped an der kann zwar schön sachen ran ziehen na das kommt mir ganz entgegen dass ich dann wenigstens ne große menge vor mir hab uah jetzt gibt's die auch noch mit ketten drei zwei eins ring aktiv jetzt sterbt sterbt naja bisschen schaden konnte ich machen oh ja genau richtig ja blitze und argane arschloch strahlen ist doch nicht euer ernst das waren schon wieder zwei pakete was hab ich denn für ein pech du willst in hardcore nicht zwei elite packs auf einmal haben wenn dann sollen sie bitte ganz leicht sein guck mal hier oben kommt direkt die nächste wenn ich nach oben ausgewichen statt nach unten dann wäre er noch gekommen mit seinen kack begleitern ja zum glück hat der keinen vortex der hätte mich da nur noch herangezogen der hat blocker das ist genauso schlimm so komm du machst wenigstens nicht so viel schaden der haut ja nur alle paar minuten nur einmal drauf bing bing bong gefährlich ist das auf jeden fall ich fühle mich so ein bisschen wie ein bungee jumper der unter alzheimer leidet er weiß nicht ob er das seil festgebunden hat oder ob oben jemand ist und das seil hält oder ihn absichert ja hier jetzt hat das geknallt jetzt ist man richtig gut gelaufen man sollte sich natürlich auf hc gerade im höheren bereich oder ich sag mal in dem bereich wo es anstrengender wird hier ist jetzt noch nicht ganz anstrengend aber hier ist schon spannender immer so ein paar fläschchen in der walachei überlassen und nicht alle wild einsammeln ist ja leicht in sammelwut ach guck mal her komm jetzt sammeln wir alles ein und zack alle roten fläschchen mitgenommen lasst ein paar liegen könnte hinterher wieder zurück kann schon mal den arsch retten das ist schön mhm juicy das war ein pack was noch direkt zu mir springt die machen zwar nicht viel schaden aber die machen nicht viel schaden so das wollte ich sagen hier ist der nächste ok die sind auch ziemlich leicht kommt schon ihr müsst sterben ich hab gesagt ihr seid ziemlich leicht ne der hat wieder Diener dabei das heißt du bist umzingelt von 100 ne das gibt es ja zum Glück nicht mehr ich glaub Horde haben die abgeschafft was ist denn hier los euer ernst einmal macht und einmal schild ja komm muhaha muhaha sagen wir da mal ja kommt Elite kommt alle ran ihr werdet alle bedient ja so mag ich das endlich hin bleibt ganze hier mal Fahrt auf Brustschutz grün das so aus wie hoch mir schon Lichtblitze in meiner Bude na sag mal wie heißt das komische was keiner will Blackthorns genau da scheint das ja gewesen zu sein die hohe Kunst des Items erkennen bevor man sie im Inventar gesehen hat allein beim Loot wenn man die dann nämlich alle erkennt oder zumindest die Crappigen erkennt dann ist man nicht geneigt sofort drauf zu gucken boh geil boh geil boh geil was das boh geil weil man weiß schon hm so geil ist das jetzt auch nicht na ich könnte jetzt eigentlich noch weiter gehen aber das Schild ist gleich weg hallo ich will noch nur da drauf drücken und wieder das schöne Rätsel hallo du sollst tp'n was denn los bei dir und das Rätsel wie viele Paragonstufen kriegen wir jetzt ich würde wetten wir kriegen nur 3 weil wir sind doch schon fortgeschritten 144 äh 144 ooooh ja klar das ist ja auch nur ein normaler Rift die geben ja gar nicht so viel aber das Equivalent wär glaub ich gewesen ein 40er meine ich ne qual 9 ist Stufe 40 da hätten wir jetzt richtig Level gekriegt naja muss ich auch irgendwie lohnen naja ich habe mich getäuscht das war gar nicht der ranzige guck mal der war sogar ganz gut ist das Roland öh Roland ich weiß nicht ich weiß nicht an Roland Set konnte ich mich noch nie so richtig gewöhnen hier die 3 den kann man ja umwandeln ist das Ding Roland ist so ein Spezialfall ich hab den mal gespielt der war nicht so begeistert davon gewesen die anderen haben mehr geflutscht kennt ihr ne guten Bild gute Items alles passt aber irgendwie fühlt man sich nicht so rund damit vor allem man verwöhnt ist von hier Ansucher und diverse andere beim Barb zum Beispiel ein paar Skillungen wo man gar keinen Ressourcenerzeuger mehr hat sondern einfach nur noch draufhaut, draufhaut, draufhaut scheiß auf Wut, scheiß auf Zorn, komm ich hab immer ich kann drücken wenn Cooldown weg ne, da steh ich halt auch drauf das hast du glaube ich bei dem Roland Set guck mal nochmal rein äh, im Roland da ist ein Schildstoß, Schwungangriff das sind Ressourcenverbraucher wir reduzieren die Abklingzeit der Gebote ja, da kann man natürlich gute Sachen mit machen, aber hier, 20 Zorn 30 Zorn da gibt's ein Schild, das senkt dann die Kosten hab ich das nicht auch schon? äh, nein da ist dieses komische Holzschild da genau mal vergessen kalala weiß was ich will ah, Goldhaut, schon wieder ich will nicht Goldhaut haben ich schau mal, vielleicht kann ich mir hier genau, ich wollte noch dieses Höllenfeuer Amulett machen genug Seelen hab ich auch und in Akt 2 bin ich auch bei Grübelchen Mensch, als wenn das nicht zufall wäre Höllenfeuer Ring, Höllenfeuer Amulett na, den Ring könnte man machen, wenn man jetzt noch einen Zwing hochzieht der gibt ja auch ordentlich IP-Boost, aber wir machen mal das hab ich wenig Geld ja, aktivieren so geht nicht ne gute Juwelenscheiße, Schleifer möchte das natürlich haben Stärke und jetzt bitte ein Passiv, der nett ist bitte, 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 bitte ehemlische Festung oh, ich glaub nicht, dass der richtig gut ist äh, Rüstung mit Prozentsatz ja 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 ja, kann man machen tatsächlich so, da ich keinen Crit brauche da ist jetzt Rüstung drauf und Stärke auf meinem ist auch noch ja komm wie viel würde das denn ausmachen 1,6 Zähigkeit ist das jetzt mit dem Passiv oder ohne das wüsste ich jetzt gerne ist das himmlische Festung jetzt schon eingerechnet bei der Plus 1,6 Zähigkeit ich glaube nicht ich hab da ein bisschen mehr Stärke ne, weniger weniger Rüstung ne, das ist der Feuerwiderstand der macht den, den Donus das heißt, ich hab jetzt 16 mit dem 1,6 wäre ich auf knapp unter 17 dann müsste ich jetzt mit wie viel Blockchanks hab ich denn ach, nur 11 boah, das lohnt sich ja überhaupt nicht wie viel hab ich denn damit 18,5 ja, nice und ich hab auch noch die Option den Schaden auch physisch zu bekommen und zwar den Crit ich hab sowieso nur 18% Crit und 99% Crit und Trefferschaden denn unsere Dorn arbeiten nicht mit Crits Critten die überhaupt? ich bin mir nicht sicher aber ich glaub gar nicht deswegen können wir auch unsere Waffe ändern die ist jetzt nun mal so wie sie ist ich hätte den Arcan-Schaden auch wegwürfeln können aber naja ist ja nur für den Anfang ist ja noch nicht uralt also das ist nicht alles verloren guck mal wenn wir immer schauen physisch bis 20% das wollen wir jetzt gerne haben oder Vita natürlich das würden wir zur Not auch erstmal nehmen kein Crit der bietet mir die dicksten Crit-Sachen an ist das ernst, oder? normalerweise wäre das jetzt für einen anderen Bild oder so wo ich Crit und so brauche dann hätte ich natürlich Rüstung genommen und was hätte ich da gekriegt? Vita-Rüstung 30% kritischen Trefferschaden und so'n Spack aber hier ne da nehm ich schon mal den Crit-Shanks weg und dann oh 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 physisch 20% ding ding nice aber das allerbeste an der Sache ist endlich kann ich weiter meine Steinchen reinpacken den brauchen wir definitiv den sollten wir auch mal schnell in der Runde leveln damit würde ich gerne in die kleinen Rifts und da ein paar Punkte machen aber ich habe das Schild davon nicht und blöderweise ob Blizzard das nochmal ändert weiß ich nicht wir können zwar Set-Teile umwandeln aber nicht von zweier Sets das hätte ich aber gern ich meine wo ist denn der Sinn? es ist doch das gleiche wie oft findest du hier davon oder bei Zurückhaltung und Fokus also Fokus und Restraint wie die ja im Englischen heißen und wie oft findest du den einen und der andere ist dann Kacke dann hast du da noch ein paar die du umwandeln kannst dann könntest du dann immer hin und her und dann kannst du auch ganz schnell die zwei gute machen naja wahrscheinlich deswegen die Fachleute werden ein bisschen was ich meine gut komm dann machen wir mal eben hier einen ganz kleinen Rift wo können wir denn so durchrutschen? durch 42 ne na komm durch 6 reicht einmal aufgewertet und dann schauen wir mal ob wir unseren Geschwindigkeitsrekord brechen ne das sieht schon mal nicht gut aus hier ist eigentlich gar nichts los ne 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 dann wird nix ach war noch falsch gelaufen das ist ja ein Run zum Glück gibt es hier keine besten Listen also im Sinne von Erfolge dass man den Greater Rift in 3 Minuten geschafft hat oder so ich habe auch immer Pech wenn ich die normalen Rifts mache und denke so alles klar jetzt breche ich den Rekord jetzt mache ich den unter 3 Minuten dann kommt der Friedhof der Friedhof ist leer und dann kommt so eine Kackhöhle und es hat nicht gereicht und nach der Höhle denkst du so Kacke Balken ist immer noch nicht voll ne ihr wisst diese Höhle einmal diese Aranea Höhle und dann diese komische Höhle ich glaube die ist was sie ist ja auch Akt 5 ich hoffe die ganz gruselige wo ihr auch dauernd falsch lauft und die mit den vielen Sackgassen ist ja die Höhle ey die Gegend hier ist auch nicht so geil jumpen wir mal weiter können wir hier Experimente wagen noch mit der Skill ah nee wir können ja gar nicht umskillen aber das ist ja auch guten Tag Herr Kackbun kein Kackbun höre ich dann aus dem Off aber das Off lügt ich glaube mit einem Trick kann man auch seine Skills im Greater Rift ändern ich meine da war mal was aber das ist ja dann Exploit könnte man sich ein bisschen strafbar machen im Sinne von haha erwischt gebannt in irgendeiner Season war das meine ich oder ich vertue mich jetzt mit einem anderen Spiel das kann natürlich sein weil ich eitig alles wild durcheinander zocke nicht exzessiv exzessiv zocke ich gerade die drei nee ich glaube Elder Scrolls Elder Scrolls zocke ich jetzt mit am meisten da ich für das Housing verdammt viel Geld brauche also müssen wir Geld fahren ihr seid alle herzlich gern eingeladen unsere Gilde zu joinen jedem Herz Pakt am besten dann machen wir auch schon PvP oh Mensch Eigenwerbung aber das macht ja nichts bleibt ja alles in der Familie normalerweise müsste ich nur von Elite zu Elite eilen das würde ich auch empfehlen die eigentlich alle liegen lassen denn die geben dann doch immer noch am meisten wenn ihr hier die kleinen Steine in Level Vault ist alles an kleinen Mobs ist lästig vor allem mit der Skillung ich kann nicht einfach durchwirbeln wie der Barb oder so auf dem Weg stirbt sowieso alles das ist ja egal ob ich da ich bleib eh nicht stehen aber hier ist das schon ein bisschen lästig das ist auch lästig weil ich diese Kackdinger nicht sehe ich könnte dann natürlich einmal durch aber dann erwische ich die meistens auch nicht die lila Kübelchen bang 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 bangidi bang und da unten sehen wir einen Konduit Shrine Verbindung macht doch nicht Verbindung ach der Verbindung war ja der mit dem Blitz guten Tag das war der mit dem Schwer ja auch nicht verkehrt ich mache zwar genug Schaden und one-hitte die Elite hier mittlerweile das ist auch ganz gut ansonsten wäre das ja ultra nervig wenn das jetzt sagen wir alles mitskalieren würde oder hätte man ja auch gar keinen Reiz schnell in den Kleinen zu gehen und seinen Kleinen Schein zu lernen dann wäre das ja genauso anstrengend wie die Großen aber Diablo ist kein Spiel wo man so eine Skalierung einführen würde zum Glück so wir sind auch schon gleich hier durch dann kann ich endlich aufhören dummes Zeug zu labern und kann mich mal beim Mittagessen widmen ich habe auch schon überlegt ob wir mal ein Let's Cook machen da ich ja auch gerne koche und auch gerne gesund nicht nur vegetarisch nein aber gesund und frisch vor allem da muss ich aber mal schauen ob das überhaupt gewollt ist Juuu Engbos Sultan Kult Imitator weg ist er naja wenigstens unter 5 Minuten und das ist hier äh weiß nicht hier droppen 2 Teile und teilweise wenn man hinterher mit guter Ausrüstung und du denkst okay ich brauche ich brauche ein paar Maxi ich brauche Teile vielleicht die Chance auf ein auf ein uraltes Teil und gehst und gehst da ein 45er Rift und dann kriegst du kein Legendary alles schon gehabt da sollte man vielleicht mal sagen okay pass auf bis zu dem Rift gibt es so viele gratis mindestens und dann plus ne je nachdem ne Zufallschance aber kriegen wir uns da nicht drüber so wir haben jetzt 5 mal ich glaube das haben diese hochgesetzt man konnte damals 3 mal aufwerten plus 1 mal über das aufgewertete Nephilim Portal wenn man ein bisschen in Gold investiert und jetzt ist das von 4 plus 1 das ist schon mega geil es gibt natürlich nicht so viel EP also scheißegal gucken wir was wir da haben das sollte sein Geißel und Trauner Zersperr ne oder ach so Akalesh aber Geißel ist das ja ist leider beides blöd das ist nicht mal gut für den Twink außer dass es viel Schaden macht da könnten wir ja dann hier mal ich hab den Stein noch gar nicht die sind irgendwas mit Bla Bla der Leichtigkeit womit ihr den Level die Levelbegrenzung dann auf 1 schraubt oder weglasst oder so ne komm kommen beide weg was soll der Neid kommt auch besseres apropos kommen wir kommen beim nächsten mal wieder äh ich hoffe ihr kommt beim nächsten mal wieder äh das klingt jetzt auch komisch wie komme ich aus der Nummer wieder raus ich weiß vielen Dank fürs Zusehen das war der zweite Teil Season 9 wir werden weiter die Charts stürmen und wer weiß mein Ziel so insgeheim ist in den Top 100 zu kommen und da zu bleiben zumindest mal in dieser Season gucken ob uns das gelingen wird ich werde vielleicht in der Zwischenzeit noch mal einen kleinen Twink herbeizäubern damit falls Amerika tot geht dann kommt dann der nächste und ich bin nicht ganz so traurig gehabt euch wohl bis zum nächsten mal reingehauen